Hallöchen Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Human Vollflat mit dem Wesley. Hallo. So, wir haben die Map Thermal und wir starten und gucken, was uns da so erwartet. Hallo. Okay, heiß. Ja, heiß. Habe ich eigentlich so Nackenprobleme? Hey. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hey, hey, hey. Komm her. Müssen wir das immer am Anfang machen? Na, ja, eigentlich schon. Ja. Jetzt reicht's hier. Jetzt reicht's hier. Kriff, ein Panscho. Ja. Komm her. Okay. So, wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Also, wir haben, äh, hier vorne liegt ein Brett. Nimm das mal mit. Warum gehst du so komisch? Was? Ich hab Brücken. Ja, tolles Brücken. Aber da kann man rüber anscheinend. Es ist geeist. Oh nein. Nee, da kommst du nicht rüber. Ich befürchte, dass der Weg hier vorne lang geht. Irgendwie. Mal machen wir mal auf die Bude. Hallo. Hey, das ist irgendwas hier. Brauchen wir bestimmt noch. Ja, was sollen wir damit? Achso, für da hinten da wahrscheinlich. Ah, ja. Ja, das macht Sinn. Hallo, Bessi. Ein bisschen weiter rüber, bitte. Kannst du das mal ordentlich tragen? Nee. Hallo. Kannst du das mal ein bisschen nachnehmen? Du musst übers Geländer drüber. Das funktioniert so nicht. Ja, ich komme. Ich bin ja alles alleine. Geh weg. Aua. Brauch dich nicht. Ja, ey. Okay, das Ding sieht leicht aus, wenn es so ist. Wenn du das gleich rutschmeißt, Junge. Aber wir müssen das erst so hinlegen, wie es kommt und dann rüberschieben. Ja, dann mach mal. Ja, warte. Ich muss hinten festhalten. Alter, was ist das? Das funktioniert so nicht. Schweiß dich runter. Ja, stell dich da. Ich schiebe jetzt. Ja, schieb. Ich wette, wir hätten auch drüber springen können. Nee, ich hab's versucht eben. Oh, oh, oh. Hast du es? Oh. Oh. Nice. Ja. Juhu. Scheiße. Du hast es nur so gestorben. Okay. So. Sollen wir das mitnehmen? Nein. Nein? Bestimmt fallen wir noch einmal runter. Ach so. Und da liegt es da. Hier kann man schon rüber, ne? Oh, wir müssen wahrscheinlich da auch rüber. Okay. Das hier ein See. Oh, das ist ganz schön glatt. Ist glatt? Ja, ja. Oh. Und hepp. Können wir das nicht mehr so machen? Ey, das, äh. Bis zur Unendlichkeit. Direkt da hoch. Und. Alter, kann man dann. Wozu, Hölle, willst du eigentlich hin, Mann? Ja. Scheiße. Das war ja großartig. Das war nichts. Wo müssen wir hin? Wir müssen eigentlich nur hier rüber. Warte, Westel, ich hol dich da hinten. Warte, Westel, halt dich fest. Oh. Kleiner Moment. Warte mal, ich muss mich erstmal hier festhalten. So, zack. Dann kann ich dich packen. Kann sich meinen Arm da nehmen? Ja, du musst deinen Arm hochhalten. Juhu. Oh. Äh. Halt dich fest. Ich hab dich nicht mehr. Ich hab dich. Alles klar. Sehr gut. Sehr gut. Da sind zwei Kisten. Da ist ein... Ja, hier ist die Tür. Mal klopfen. Hallo. Komm einfach rein. Hallo. Oh, hier zieht's weg. Kannst du das Bretter nicht rausnehmen? Ich zieh mal von der anderen Seite, oder? Komm rein, Junge. Westel? Kommst du rein, bitte? Na. Ich glaub, das kann man nicht ziehen. Okay. Ähm. Mit zwei Kisten könnten wir... Erstmal die Hände aufwärmen. Ah, da kann man nicht rüber, oder? Kann man da drüber? Wo drüber? Kann man da rüber? Weiß nicht. Weißt du, man muss, äh... Fenster zustellen? Geh mal, geh mal abchecken hier, was hier geht. Wir müssen da ja irgendwie rüberkommen. Die Frage ist nur, wie. Warte mal. Ich glaube... Da kommst du ja niemals hoch. Nee, aber... Ich glaube, ich kann die Fackel hier rausnehmen. Auf zu lachen. Halt doch mal die scheiß Kiste fest, Mann! Was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Fackel die Bude ab! Weiß ich sie aus. Hey, hä? Alter! Was denn? Hä? Als ob's da weitergeht! Ja, lol. Ja, lol. Ich dachte mir schon, für irgendwas muss doch dieser Schrank oder das Regalboot sein. So, aha. Dafür brauchen wir die Fackel. Ach, verdammte Tat. Da muss ich mal gucken, ob ich die wieder anmachen kann. Ey, da müssen wir den Schrank jetzt vor's Fenster schieben, weil sonst geht die jedes Mal aus, die Fackel, wenn ich da herlaufe. Nee, da müssen wahrscheinlich die Kisten dann vor. Was ist da? Kannst du die da anmachen im Ofen? Ich hoffe. Nö. Nö. Okay, warte, ich hol die zweite Kiste. Da. Ja, aber wir müssen die Fackel hier anmachen. Ich will nicht angehen. Krieg die ja nicht alleine hoch. Kann man das eigentlich alleine spielen? Ja. Warte. Ja. Komm, pack an hier an der hier. Wie die Kloppis. Ich glaube, wir müssen die Kisten drehen. Die dürfen nicht so seitlich stehen, dann sind die einen Tacken zu hoch. So sind die ein bisschen niedriger. Ey. Warte, ich muss nochmal anpacken neu. Ich hab zu weit oben angepackt. Okay. 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 Äh, okay. Äh, 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 äh. Da muss aber ein bisschen rüber. Ja. Ja. Oh! Stopp. Lass so, lass so. Das ist gut. Diese Ausdruck käme nichts mehr vorbei. Hat doch so einen Tacken noch. So. Jetzt haben wir es. Da ist der Pin jetzt hier an. Aua. Wollt echt nicht mehr angehen, ne? Was ist das für ein Scheiß? Okay. Das ist der zweite Versuch, ne? Ich steck meinen Arm da rein. Okay. Okay, ich hab dich hier. Warte, warte. Ich hab sie. Ich hab sie. Alter, unten. Alter. Hä? Wie soll die Scheiß jetzt wieder angehen hier? Ja, oh. Hä, die geht sofort wieder an. Ja, die fang jetzt auch an. Hä? Rein da mit dir. Ich habe Feuer, Gimor. Die geht hier instant aus. Hier, wir müssen das Scheißregal davor machen. Das bringt nichts, Wesley. Warte, die sind doch... sind gerade beide angegangen, als wir alle angebildet haben. Oder wir müssen tatsächlich die Klappe da irgendwie weg machen. Weißt du, dass das Ding runter geht. Oh Gott. Juhu, es brennt wieder. Einfach so. Hey, lass mich hier durch. Ich packe die Fackeln natürlich an der heißen Stelle an. Ja, logisch. Wo trägt man Fackeln? Vielleicht generell auch. Ich versuche Streichhölzer auch immer an der Holzseite anzuzünden. Jetzt schmilzt der Scheiß hier weg, hä? Hm? Da. Hallo. Hey, ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Ja. So. Ah ja. Okay. Das ist ein fucking Katapult. Was geht jetzt hier ab? Nein, das ist ein Kran, Mann. Ah, den kann man hier drehen. Und was sehen wir da hoch? Eine Plattform. Kannst du alleine nicht? Sehr schwer alleine. Oh, zu zweit sehr schwer. Oder wir müssen mal andersrum. Okay. Er läuft da ganz locker hoch. So. Und jetzt? Theoretisch könnte ich da rüberjumpen. Aber was ist denn da oben an dem Haus? Das ist die Frage. Ich gehe mal hier. Guck mal, was in dem Haus ist. Oh, hier brauchen wir eine Kiste, Wesley. Ja, ich check das Haus jetzt erstmal ab. Ist das eine Seilbahn hier? Nee. So, ich habe hier. Was habe ich hier gefunden? Einen Haken. Oh, den brauchen wir. Bring mit. Geht's auch runter. Hier? Hier ist ein Schneeball. Geht da unten ab? Also, Wesley, man kann hier ganz normal runterlaufen. Ich glaube... Muss die Plattform wieder senken. Sonst komme ich da nicht drauf. Der Kram muss nochmal runter. What? Du kannst ruhig runterjumpen hier, Wesley. Hier unten bin ich. Hinten ist ein Weg. Da kannst du hochlaufen. Wir müssen eh... Wir müssen die Plattform runter machen und diesen Schneeball mit hochnehmen hier. Den hier. Aha. Ich glaube, der muss hier runterrollen und gegen das Ding hier schlagen. Ah. Aber wir kriegen den... Der ist richtig schwer. Den kriegen wir nicht hoch. Meinst du? Ja, wir müssten den ja anheben. Wir alleine nicht schaffen das. Schaffen wir dann zusammen. Lass mal ein bisschen hochrollen. Bestimmt geht das. Lässt dich ja so schon voll schwer rollen, Alter. Ja. Ne, wir müssen den mit dem Kran hochmachen. Kassar. Vergiss es. Vergiss es. Du hast ja da Haken dann. Weiß nicht. Hier oben ist noch so ein Teil. Weiß nicht, was das ist. Ob das eine Abschussrichtung ist? Vorrichtung oder... Ne, das ist eine... Das ist eine Treppe hier. Dafür ist der Haken. Boah. Ich bin auf jeden Fall in den Haken mit oben. Na, ich mach mal hier die. Ich roll schon mal den... Nebel. Oh nein. Oh. Ja. Der Schneebel ist richtig schwer. Aber der lässt sich gut rollen. Ich schieb das Ding hier mit meinem Hals. Bin ich unten? Ja. Okay. Okay. Kann ich wieder hoch? Ja. Bringst du den Haken mit? Nein. Oh shit. 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 Wieder runter? Boah. Alter. Ich seh nix. Du musst sagen, was abgeht. Okay, alles gut. Hoch. Das ist ganz schön schwer zu hoch machen jetzt. Ist der noch größer geworden, weil du den über Schnee gerollt hast? Sieht ein bisschen so aus, ne? Meinst du, der wird noch größer? Ja, ja. Habe ich Schnee gemacht. Wollen wir da durch? Ja, muss. Okay, wir brauchen jetzt aber noch den Haken. Müssen wir den Haken? Ja. Lass rollen. Na, tschüss. Vorsicht. Na leid, der Haken liegt hier. Er hat's nicht geschafft. Really? Doch. Er wird schon sagen. Okay, wir brauchen trotzdem noch den Haken. Wir müssen da oben noch irgendwas machen mit dem Ding. Komm mit. Da war noch so eine Treppe zum Runtermachen. Yep. So. 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 Aha! Lumi! Us muss es. Ja. Däi! Da ist eine Tür und ich kriege sie nicht auf. Hallo, mal auf. Hier, Bruder. Ja. Vielleicht müssen wir doch nichts hier oben machen. Guck mal, ob du die Tür aufmachen kannst, da vorne. Okay. Ich glaube, das geht nicht. Und rein gehen geht auch nicht. Darf ich sagen, gehen wir runter, oder? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, nächste Folge geht es weiter. Wo bist du hin? Da wird der echt größer, das will ich mal gucken. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, der hat, denke ich mal, maximal Größe. Aber der war vorhin auf jeden Fall kleiner. Gut, Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut auf den Rennen und tschüss. Tschüss.